Versuch nicht zu lachen, Challenge schwer. Okay, die gönnen wir uns. Schwer. Okay, wir dürfen nicht lachen. Okay? Schauen Sie sich das mal an. Jetzt sind hier alles volle Wasserflaschen. Eineinhalb Liter. Und die hebe ich jetzt hoch. Und jetzt schauen Sie sich mal die Box an. Soll ich? Soll ich? Ja, bitte. Da biegt sich nichts durch. So, da ist Wasser drin. Achtung. Oh. Oh. Was ist hier? Packt kaputt. Was ist hier kaputt? Okay, kannst du direkt die Sendung im Kartenall da. Hallo. Hallo, hier ist der Thomas. Thomas, wie alt bist du, Thomas? Ich 29. Das glaube ich dir nicht. Wann bist du denn geboren, Thomas? Okay, ich bin elf. Okay, du darfst nicht spielen, du bist zu jung, wirklich. Das tut mir leid. Okay? Thomas? Mach's gut. Leg meinen Arsch. Das ist auch geil, mein... Ich hab Dekka gesagt. Dekka, mit D. Mann, oh. Und wie sahen die aus? Können Sie noch beschreiben, was die anhatten? Ich scheiß auf die, wenn ich finde, ich ficken bleib bis zu hinten. Ja, das ist aber keine Person-Beschreibung. Ich scheiß auf die nach. Gut, also keine Person-Beschreibung. Großen Siegler. Willst du nicht boxen? Komm her. Komm her. Komm, Hand auf den Meter. I cannot describe my emotion by words. You know, it was a tough match. Spin, we're gay tonight. But now we're during the final. Er ist promise going. Hier sind voll die hübschen Mädchen, alles. Aber, Leonie, du weißt bescheid, du bist immer noch die hübscheste. Man kann dich nicht erwärzen. Was? 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 Wann hat was? Alles aber. Leonie, du weißt bescheid, du bist immer noch die hübscheste. Man kann dich nicht ersetzen. Man hat, man hat dich nicht zu ersetzen? Ah, okay, jetzt halt schon. Man hat dich nicht zu ersetzen. Ah, okay, Leonie, Kuss. Asche, ist Asche noch da? Man kann dich nicht ersetzen, okay. Das würde ich gern mit Asche machen. Ich würde das wirklich gern mit Asche machen. Lässt sich das irgendwo organisieren? So ein Video mal wieder mit Asche-Challenge. Eine Asche-Challenge. Da sehe ich mich. Asche, ich sehe, ich würde so gern sehen, wie du da rüber hüpfst. Wirklich. Das wird so geil. Das gibt Tote, wenn ihr das macht. Ich würde gern, Asche, gern mal sehen, wie ihr da rüber hüpft. Wer soll das filmen? Ja, auf jeden Fall nicht Asche. Oh, Mann. Ey, Lox, grüß dich. Leon, ja, ja, kann ich mich dran erinnern, Digga. Kann ich mich dran erinnern. Schön, dass du da bist. Und wo springe ich rechts an der Stange? Du sollst jetzt rechts stramm ran, damit du da drüben hinkommst. Du musst dich da dran ziehen. Komm her, komm her. Und dann. Eins. Zwei. Und dann rüber. Du hörst uns hier wieder was eingebrüht. Eins. Zwei. Drei. Er fällt aber auch mit dem Rücken rein. Statt mit den Füßen. Er fällt ja wirklich komplett. Guck mal. Zwei. Drei. Dekka. 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 Wo ist der Hund da? Dekka. Oh, ist der schön. Willst du mich verarschen oder was? Dekka. Dekka. Ich betäube meine Sinne. Oha. Ein Feini. Oha. Alter, er ist doch für sein Leben. Ist der doch. Ach du Scheiße. Alter, wie sie übertreibt. Es war nur ein kleiner Schmatzer. Der kommt sein Leben ja nicht mehr klar, der arme Boy. Ich betäube meine Sinne. Ich hab mir noch nie gegenehm. Ich darf mich selber schnell auf Toilette. Alter, wie sie übertreibt. Ja. Ich bin förbernahm. Ich bin für einészigerorthverbrechen. Siri, choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri, choose the voice you'd like me to use. Hey. Something to do. Bro, willst du was cooles sehen? Was? Digga, how are you? Bitte nicht weglaufen, ich brauche Hilfe. Ich bin aus Deutschland und suche diese Geschwister. Tracy und Andrew Tomlin. Tut mir leid, ich komme nicht aus dieser Gegend. Okay, danke. Mit wem redest du, Schatz? Irgend so ein deutscher Pornostar. Ich hatte selten so ein Fremdschamgefühl. Nichts, ich spieg dich, Mann. Wo ist mein Gehret jetzt, ey Scheiße. Die Sack wo ist jetzt. Na, dir ... Wollai ich filmen, nun finden jetzt. Scheiße, nichts zu behret. Ohne Einte, na, sag, komm, mach jetzt. Nix zu behret. Okay, ey, die sind ja mal geil, Alter. Okay, die haben, also das ist geil. Ja, hinten auch, ja. Ich versuche einen Tag lang nicht doppeldeutig zu denken, mein Freund. Finger rein und wenn er feucht ist, dann weiß ich, ich habe genug. Und nach einer Weile Stärkigkeit den Finger rein und wenn er feucht ist, dann weiß ich, ich habe genug. Das war zu leise. Warte, ich kriege es gerne nochmal vom Voll, mehr geht nicht. Und nach einer Weile Stärkigkeit den Finger rein und wenn er feucht ist, dann weiß ich, ich habe genug. Wer macht es nicht so? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.